Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas Tausend Der Skyland ist endlich mal wieder am Stilzl am Messel Mit einer kleinen Runde Let's Play Alien Isolation Und ähm Ja Nach Ewigkeiten endlich mal wieder Ein richtiges Let's Play Mit richtigen Xbox 360 Controllern Ich kann auch als Let's Plays mit der Xbox One machen Ich hab auch versucht mit der Xbox 360 mal zu streamen An sich funktioniert das auch Nur der Ton ist ein bisschen schneller als das Videomaterial Also sprich der Ton ist innerhalb Ist 2-3 Sekunden vorher da Und dann kommt erst das entsprechende Videomaterial Achso, heute mit den Roxy-Kopfhörern Ich hab jetzt zwar jetzt zu faul hier meine Ähm Ja, nicht Roxy-Kopfhörern Bittig gescheuert Heute meine Turtle Beach und mit Razer Mein Razer hat jetzt keinen Bock einzustecken Ähm, deswegen hab ich jetzt noch meinen normalen Dödel-Ding-Style Teile Ähm Es sind alles grad so ein bisschen prophylaktisch hier aus Aber es funktioniert Also Stream tue ich mit der Xbox One nie an Zeit Ich kann jetzt auch die Streams direkt von der Xbox One Oder von der 360 halt hochladen Ich kann so mit diesem Auto-Game-Capture Ähm, nur wie gesagt, bei der 360 Da verschiebt sich halt der Ton Ähm, wie es bei der Xbox One aussieht, weiß ich nicht Das hab ich noch nicht ausprobiert Aber ich kann jetzt mit beiden Let's Plays aufnehmen Und das mach ich ja grad, äh, mit der 360 Und, äh, Alien Isolation Und, äh, wir drücken jetzt wirklich mal A Die ist der Festplatte hier Und, äh Äh, ja, ich will starten Alien Isolation Ich will fortsetzen Wird schon kein Bock mehr Äh, es war mal ganz schön Jetzt mal die ganze Zeit mal nichts aufnehmen zu müssen Weil sich keinen Stress zu machen mit allem möglichen Nur jetzt hab ich halt prophylaktisch halt Urlaub Und das Dumme ist, jetzt hätte ich mal so richtig viel Zeit Mal vernünftig aufzunehmen Und, ähm, PeepaPo und es hat alles nicht funktioniert Äh, der Computer ist im Arsch Der Rockstool kam erst so spät Dann waren keine CD dabei, damit ich das machen konnte Ähm, ich wusste nicht, wie ich das, ähm, alles anschließen musste Und, PeepaPo Äh, wie das dann alles da war Als fertig war Also, hinter der Computer hat er nur Probleme gemacht Und, ach Hör mir auf Ich hatte nur Stress die ganze Zeit deswegen Ich habe auch mein, ähm Mischpult ein bisschen umgeändert Also, das hört man vielleicht vom Soundtest Es ist nicht mehr so stumpf Äh, aber so dumm wie damals Sondern ein bisschen hellhöriger Ähm Ich habe jetzt noch krassen Rausch dabei Also, ich werde jetzt mit dem Outer City, werde ich den Rausch unterdrücken Und dann hört man halt diesen Rausch nicht mehr Aber ich habe extremen Rausch mit dabei Dabei nutze ich ja hier in Ruhe der NT Ähm Was lebt denn der jetzt so lange? Ist der zickig oder sowas? Oh, jetzt geht's los Okay Okay, 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 okay Okay, okay, okay Äh, leiten Sie den San-Christopher-Evacuierungsverfahren ein Okay Mach ich Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war Okay, das war das Ich muss von dir gucken Oh Scheiße, ist das schon Ich weiß auch nicht mehr, von wo ich kam und so ein Scheiß Oh, was haben wir hier? Medikit Bam Kann ich hier unten drunter? Ja, kann ich Gut Ich glaube, das speichern wir jetzt ab Ich höre was Er hat doch Schrottler gehört Alter, hier ist jemand Er war irgendwo links Äh, rechts Hallo? Alter So was, zeigt mir nicht an, wo ich hin muss Ist hier unten Ist das ein KI? Alter Alter, ich habe doch gerade was gehört Da ist doch was bei uns lang getrabbelt, Alter Verarsch mich denn mit, verdammter Hacke Okay Ey Dammt nochmal Hör auf, sei jetzt damit Dammt nochmal Oh, der Turnschuhe an Boah, also die Klappe jetzt So, in die Ecke gucken, Modus Das war Mr. Revolver Ich muss mal drei Das war das, okay Schraubenanlage Ich muss, ich bin da richtig, wo ich bin Das ist schon mal gut Ähm Start war nichts besonderes Das war die Taschenlampe Ah, hier muss ich draufkriegen, okay Gut Mach hin, mach hin Okay, 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 okay Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich Das Mist, der kommt doch gleich runter, Alter Das war viel zu laut Also, als komm, als er das jetzt nicht gehört hätte Scheißkerl Alter, der ist direkt über mir, die Scheiße Da ist ein Scheißlüftungsschacht, Alter Man, das nervt Au Au Okay Ich würde auch gerne von diesem Alien versorgt werden Ist alles kein Problem Mann, der fette Nachbar da oben Schon wieder Scooter-Lieder am Hören oder sowas Wie schön Draußen bewegt sich ein bisschen was Ey, ich muss irgendwas drücken und dann Dann passiert doch wieder irgendwas Dann kommt dieses scheiß Mistvieh Freien So, larg mal So, um, ww So, uh, ww So, um, ww